UNTERTITELUNG 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 Jo, Leidls! Mal am Start. Block Nummer 2. Zufällig haben wir nur Besuch bekommen. Vom Herrn Finger. Ich bin übrigens Daniel Kavidieri-Badol. Daniel, hörst du? Genau. Und wir zacken wir jetzt ein Game of Fight. Ja, dann zacken wir es mal aus. Wir zwei noch. Das war so klar. Das war aber zu spät eigentlich. Ja, machen wir nochmal. Warte, fang ich gleichzeitig an. Was war das? Malo, du gibst die Gemeinde und dann los. Warte mal. Sag los. Schere. Nein, los. Einfach los. Genau, sag einfach los. Du tust erst nach oben deswegen. Ja, deswegen geht es nicht. Und du auch nach oben. Schere, los. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ja, du fachst da. Ich der Vorfänger dran. Ja. Dann mach ich Futsch im Dorf. Ja, passt. Übergeben wir mal den Marlon. Schirm. Mach mit, das darf man zweimal. Schirm. Ja, mach mit. Wir machen mit Chauka und den letzten sowieso zweimal. Ja genau, Chauka und den letzten zweimal. Leck dich rein. Nimm die Reihe, nimm die Reihe. Ist nichts anderes mehr da drüben. So, it's my turn. Ich mache einfach an der Table an der Porta. Table ist wurscht behaustig. Ist wurscht behaustig. Aufsache, du legst mal was. Ich glaube schon, dass wir den gaten lassen. Wir haben ja gesagt, der soll gelegt werden, also passt. Wir gehen vor, um Cyborg ins Flyout. Cyborg Flyout. Cyborg Flyout. Cyborg Flyout. Cyborg Flyout. Nein, ich kann es nicht. Das war keiner. Die Linke war dann eingeschlafen. Nein, war auch nicht. So, mehr oder nicht. Die saß drüber, dann der. Geht das mit dem Mountainbike? Das war ein ganz interessantes. Einfach mal rein. Einfach von der Drehreie. Ja, Mann. Ja, Mann. Geht's. Ja, Mann. Easy. Gib ihm, schau mal, das ist jetzt. Einfach das Hinterraderschein hoch und gerne rein. Und, ich nehme mit dir. Kommit, man. Also, ich mache jetzt ab. Manual auf die Oli-Box. Manual, Manual die Box drauf. Fortune to fakie. Ok, jetzt will ich gleich checken. Easy. Bis bald. Fuck. Der war gonger. Ich habe gekauft, der kann ein Tier haben. Scheiße. Magst du noch mal? Na. Zählt, Wommel, fertig. Wir machen 450 über die Hip. 450? Also, Marlon macht 450 über die Hip von der Bank. Das ist ein Gang. Jo. Jo. Probier'n. Schau mal, was passiert. Jo. 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 Ein Fake und dann mache ich einen Bohnen, Full Cap, fertig. Wir haben den Beweis, dass er es gemacht hat. Es war einfach zu schnell. Hier, Boy! Easy! Das ist wirklich wichtig, liebe Spuren. Da kämpft sie so durch. Jetzt bin ich wieder dran. Wer ist ich? Der Kali. Dann machen wir ein bisschen fliegen. Einfach einen schöner hohen Transfer über die Zucker. Oder bei der Zucker. Ja. Ja, war's schon. Soll ich raten? Ja, was machst du, wenn du da hinten warst? Wir haben schon blank geschmiedet. Irgendwas machen, was ich nicht kann. Ich gebe vor an Double Tire Grab. Ach, Gehle. Ins Flyrad. Ich glaube ohne Scheiß, das habe ich noch vor. Alter, ich habe das auch noch nie gemacht, bis das auch mal im Game of Bike gemacht worden ist. Dann hab ich das auf den dritten Versuch erst gekriegt. Dann haben wir auch einen Buschaden gegeben. Du bist schwerer. Probiert einfach was, was ich wahrscheinlich nicht hier habe. Ich mach Opposite Down mit Bibery Taten. Okay. Krass. Opposite Down mit Bibery Taten. Ich probiere mal. Aber es war ein Wunder, wenn ich den auf den ersten schaue. Jetzt fahrts einmal ein Vogel aus. Jetzt fahrts einmal ein Vogel aus. Oh, fuck. Okay. Dann bin ich wieder dran. Dann machen wir mal. Nachdem der Marlon seinen Double Tire vorgeben wollte, machen wir da einfach mal einen Bauer über die Hüppe. Oh, fuck. Das war eine Schnecke, der Bastel. Idiot, Alter. Jawoll. Das ist doch safe. Meines war der eine von 100. Wenn ich geht. Wer ist jetzt dran? Jetzt bist du wieder dran. Wir dürfen nicht zweimal das gleiche hintereinander machen. Nein, scheiße. Wir dürfen nicht, oder? Eigentlich dürfen wir schon, also wir dürfen schon mal. Okay. Ja, egal. Die lassen wir schon irgendwas anderes sein. Okay. Mach hier. 180 hoch. Full Cap 3. Meiner. Brauchst schnell. Wir haben den Weg, oder? Mr. Technical. Fast. Ja, ich gebe jetzt das vor, was ich den ganzen Tag nicht geschafft habe. Ich mache Futsch immer auf der großen Korte. Fast. Stein mir um. Komm. Und rein. Ah, fuck. Ich bin so ein Idiot. 180 Bar in der Bank. Ich bin so ein par. Ich bin so ein Südausch. Wann nach die Bar, oder? Ja, machen wir jetzt. Und man, der ist der Obergkriege. Ich habe da runter. Ich habe so ein paar aufgeregt. Ha ha ha! Alter, du machst es noch mal! Aber du musst da stehen, sonst seht ihr echt nicht! Wir haben noch mal Futschen da oben. Dürfen wir ja, gell? Halt raus! Wie schaut es mit der Tiltab aus? Ich habe das noch nie gemacht, aber ich probiere es schon. Möchtest du den Tiltab erst einmal so machen? Nein. Ich weiß es nicht. Safe ist er sicher nicht dabei. Okay. Ja, bei mir ist es auch nichts mehr sein. Ich bin auf dem Arsch. Ja, ich bin auch schon. Gut. Dann machen wir einfach. Dann machen wir ein paar Tiltab. Da oben wahrscheinlich, oder? Ja. 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 Zube! War zwar nicht schön. Wurscht, Mann. Aber... Ich probiere mich mit Semmerhofer jetzt wieder. Nur meine Hände abputzen, weil die so rutschen. Sonst... Bisschen Staub. Ja. Mach ich normal auch. Second try. Ja. Wir haben nur einen zweiten, gell? Ja. Sonst bin ich nämlich eh raus. Alles klar. Sonst, wenn ich jetzt mal rauskriege. Ah! Oh! Ah! 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 Ich hab's dir nicht klapp, Regis! Danke! Danke! Das geht weiter jetzt der Flieger. Das hast du ja. Ich muss futschen. Ich bin echt mit dem Arsch heute. Ich gebe jetzt nicht auf, ich mache den Futschen nochmal. Hau raus. Wenn's du dann auf easy machst, hau ich dich. Mach's gell. Oh, ich bin viel zu Arsch. Mach du einfach. Ich krieg eine hier. Langsam los. Ich steck ganz langsam. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Wenn's dann easy machst, dann bist du dran. Danke. Mach's gut. Mein Gott, das ist cool. Mach's gut. Mach's gut. Okay. Mit der Funbox. Mach's den noch mal aufstehen, oder? Mach's gut. Warum nicht? Ein hab ich noch, gell? Mach's gut. 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 Das ist eine gute Idee. Bis zum nächsten Mal.